Hallo Freunde der Klanggefechte, neuer Abend, neues Glück und zum Glück hat sich ein anderer Dummer finden lassen, deswegen muss ich das nicht machen. Viel Spaß, diesmal Session 8, bisschen länger. Sagt an, jo. André. Nein, ich sage, leck mich am Arsch, ich bin da nur ein Satz. Wie gesagt, ich bin ein Einsprung, eingesprungen. Der ist ein Einsprung. Wir fahren A, B, B, A. Ein üblicher, also alles klar. Genau. Das übliche müsst ihr mir aber erklären, gar nicht. Ja, du kommst einfach direkt mit uns mit, wer steht ganz außen, André stellt sich an die erste Insel. Nein. Guckt dann rein, die Hindenburg fährt, ich ping gleich hin. Die Hindenburg fährt einen etwas weiteren Bogen außenrum. Okay, dann fahr die hier hoch. Alles klar. Ja. Ich fahr auch erstmal mit in die Richtung und dann haben wir noch Smasher und... Dobby. Dobby. Gabi. 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 Gabi versucht hier vorne hinzukommen, um Richtung A zu gucken. Smasher bleibt an der Insel sich erstmal kurz hängen. Und guckt dann hier in diese Achse. Check, check. Also ich fahr jetzt Baller hinterher, ja? Genau, du fährst komplett mit uns mit. Dann schauen wir, dass wir A womöglich pushen können. Und ansonsten, äh, müssen wir gehen. Titus weiß, dass er in der Mitte spotten, versucht zu spotten und, ja. Ich sterbe. Mhm. Hat auf dem Map immer so gut geklappt. Ah ne, ne Z und ne Shima, okay. Schießt erst, wenn ihr auf seid, dass die Gegner möglichst spät erfahren, wo alle unsere Chefe sind. Also ich hab, äh, ähm, da die Meldung. In die Richtung. Ja, ich auch. Bei mir ist noch ein bisschen drüber. Ja, obwohl eher so... Doch eher so in diese Richtung. Ja, bei mir geht's auch so ein bisschen weiter. Ja, wisst, dass das nicht genau ist, wenn ein Quadrant daneben oder davor ist. Da dürfte der Zerstörer sein, der auch in der Mitte spott, wahrscheinlich. Bevor jetzt jeder klickt, das ist mir Alex noch nicht angezeigt. Aber wir kommen wieder zurück, ne, also so... Weiter fahr ich nicht vor, das ging das letzte Mal nicht so gut. Sonst drehen wir noch eine extra Runde um die kleine Insel in dem Bereich. Ja, ich kann euch sagen, bis hier ist nix, sonst wäre ich offen. Jetzt fahr ich hinter die Insel. Also war nichts. Ja, ich vorweg fahre, zünde ich schon mal Hydro. Ja. Wie lange läuft dein Hydro? Eine Minute dreißig. Gar nicht ist offen, wahrscheinlich von hier. Ja. Oder von vorne, kommt drauf an. Ich... Hinnburg ist noch nicht offen und bei mir geht... Ist gerade letzte Ecke von dem Feld noch, dass ich aufgehe. Hier ist hier das Ecken, ja. Montana ist auf jeden Fall schon morgen. Ich bin offen. Primarch offen. Mittenfels, also in der Mitte ist einer da drin. Kann eh niemand schießen, deswegen... Keine wieder zu. Also... Ja. Naja. Da wird mir aber nichts angezeigt, mir wird... Ich hab auch das nächste hier. Ja, kann ich machen, aber ich... Ich starte jetzt. Da kann auch keiner drauf schieben, oder? Doch, doch. Da ist die Shima. Da ist die Shima. Auch wichtig, um zu wissen, wo die Tornes sind. Ja, genau da. Wir drücken hier komplett gleich durch, Dabi. Ja. Hat jemand da oben Hydro an? Oben ist noch Lendenburg. Dabi Hydro, hast du Hydro? Läuft, läuft. Hydro läuft bei mir noch, ja. Oh, da ist ein Lendenburg. Soll ich... Soll ich euch hier den... Die Passage zusmoken? Da ist ein Lendenburg. Lendenburg, du weißt, du musst hier hoch. Da hast du da einen Plan geändert. Ja, ich hab... Ich hab... Ich hab... Feier weiter hoch. Aber das musst du das nächste Mal früher machen, hier auf dieser Linie. Ansonsten wirst du jetzt hier gefokustet. Ja, okay. Ich dachte, die Leute hier oben zu schneiden sind. Ist okay. Alles gut, alles gut. Garni zündet jetzt Hydro hier vorne, wegen dem Torch zum Schema. Ja, mein Hydro geht gleich aus. Boah, der Hydro läuft schon jetzt. Alles, was kann, auf die Lendenburg. Der ist gleich hinter der Insel. So, ich muss hier mal verschnaufen. Ja, ich mach einmal Radar für die Des Moines. Die hat auch Radar. Ja, ich weiß. Lidus ist geradert. Die kommen auf jeden Fall auch wieder komplett zurück. Des Moines brennt. Die Lendenburg ist noch hinter der Insel. Ja. Aber ich warte erst mal, lass mich bohren. Ja. Der Leben. Alles klar. Na, wie lange geht denn denn rein? Hier ist die Gearing. Wir wollen angesöscht. Ah, die. Den fügen wir zu. Da ist noch die Shima. Bom. Ah, ich krieg da nichts gesehen. Ah, die Räder der Umfolge sind neu und freut sich. Hindenburg ist weiter nach Norden gefahren. Ich kümmere mich drum. Sehr gut, das ist weil ich schießt auch schon drauf. Sind nochmal. Ah, ne, die Shima ist hier auch. Das ist für Shima. Hydro geht aus bei mir. Bei Gany. Man ist gleich wieder bereit. Da hatte ich. Gearing hier. Hindenburg oben fährt zurück. Soll ich, soll ich zu dir kommen, Wanderl? Oh, die Monty ist mir ein bisschen nah eigentlich. Oh, diese dreckste Mäuern, Juma. Achtet auf die Torpedos. Ja. Da war sie weg. Brauchte Hilfe für die Dämonen. Ah, scheiße, sie ist vorgefahren, ja. Ja. Baller, das war kacke, ne? Sag ich jetzt mal so. Du hättest echt oben mit rumfahren müssen. Die Hindenburg von der Seite ist für den Arsch für uns. Ja. Achtung, Torpedos. Ja. Ja, jo. Ja, gut. Das Ding hat sich, glaube ich, eh erledigt. Nein, ich glaube ich. Ähm. Da ist noch nichts zu Ende. Wir haben schon mal gewonnen, da war es viel, viel knapper als das. Ja. Ja, gut. Ja. 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 Titus, das ist deine Aufgabe. Hat ja wahrscheinlich auch das Zeit. Was? Was? Die Z ist hinter euch. 25 Sekunden Radar. Bleibt hinterm Berg stehen. Ihr habt ihre Torpedos noch, ne? Shadow? Die eine Seite hab ich hier gerade weggeschossen. Ein Schuss. Da ist die Torpedos von vorne. Hat die los von vorne gar nie? Ja, die freut sich jetzt. So ein lächerliches Schiff. Was war das denn für ein lustiges Manöver gerade, Crow? Ich wollte nicht rammen, der hat nämlich weniger Punkte als ich, deswegen bin ich auch ausgewichen. Ich dachte schon, jetzt rammt der die. Auf der Seite hat er auch Kilos genau. Ja. Ja, hat sich... Sorry Leute, ich musste da schneiden, hat sich was wegen Hartz IV gegeben, aber hier ist das Ende vom Gefecht. So ist es, leider nicht der Lager. Ja, das ist wirklich so gut in den Flaschiff sitzen. Oh, okay. Ja, wohl.